Amal, Amal, Amal Go, it's fair Amal, it's fair Super, Sprengens. Wo, wo, dann die Jungs? Ich nehme die Aktion auf. So, Dena, jetzt musst du dich mühren. Alright, Chat. Ihr habt Glück. Ihr habt Glück. Wie ist es aus, als hätten wir einen neuen Man beim FAMSquatch. Yeah! Oh, warte mal, ist das Sabotage? Ja. Na komm, Electrical. Sieht's aus, als hätten wir einen neuen Man beim FAMSquatch. Yeah! Ist irgendjemand hier? Alright. Guter Kill. Können nochmal Lights machen. Oder Reaktor, dass die Leute da nicht hingehen. Bei O2. Hallo? Yo! Moin! Äh, ich wollte nur sehen, zu lang. Ja, okay, Tim ist tot. Äh, ich hab's nicht gesehen, aber ich, äh, war grad ein bisschen, so, verdutzt. Wurde die Leiche importet, oder war's einfach nur, äh... Ne, ich bin einfach Kefeteria grad. Ich hab' alle meine Aufgaben gemacht und, äh, bin bei Kefeteria vorbei. Du hast nie im Leben schon alle deine Aufgaben gemacht? Nein! Alle linken Aufgaben! Alle linken Aufgaben! Tim Gabel, Tim Gabel war mit mir und Caruso unten bei, äh... Und dann hab ich so einen Med-Scan gemacht und dann kam ein Emergency Meeting. Mehr weiß ich nicht. Interessant. Ich bin grad oben bei, äh, bei Weapons reingegangen. Da lag die Leiche nicht. Ja, das muss Navigation oder O2 gewesen sein. Ja, ja, glaub auch. Äh, Carl, wo bist du grad? Äh, Shields und, äh, Communications, war ich so. In der Ecke. Haben wir denn die Leiche schon gefunden oder was? Nee, nee, nee. Das ist überdurchneinander. Das ist überdurchneinander. Ich hab' jetzt grad eben ohne. Ich hab' ganze Zeit mit Polk-Scan. Ey, ey, ey! Wer, Tim, wer hat uns zuletzt gesehen? Ich hab' ihn am Anfang der Runde gesehen, als er in Cafeteria oben den Download mit mir gemacht hat. Weißt du, wo er dann hingegangen ist? Nach links? Nach rechts. Er ist nach rechts, ich bin runter zu Admin. Ich hab' nach links, also early rechts war Reapers, der ist ganz schnell nach links gesprintelt. Äh, über unten Shields oder so. Ehm. Und, äh, der direkt nach links gelaufen ist, ist Revi, ist nach unten und nach links. Das heißt, ich würde Revi, also Revi würde ich ausschließen. Das macht doch, ja, aber das macht bei mir auch keinen Sinn. Es sei denn, der wird zu Deutsch gesprochen. Aber dann wären ja tausend Leute. Bro. Also, rechts war ein Fabo, rechts war ein Fabo, Carl, Reapers, Kevin. Ich war nicht, äh, rechts. Äh, also, ja, rein theoretisch. Ich bin doch über das Deutsch mit dir gelaufen. Ja, wir haben keine Info. 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 Achso, ja, doch. Ey, Jungs, wir können eigentlich nichts sagen, ne? Ja, ja, keine Info. Aber ich hab, äh, Info, ich hab Fabo, bei Fabo ging der Balken hoch. Bei Fabo ging der Balken hoch bei Downloads, hab ich gesehen. Reifs und Dena waren zusammen. Aber erst ganz am Ende, da kam er erst ganz am Ende zu mir. Dena, bist du dumm? Ich glaub, Fabo ist safe. Okay, achte mal. Fabo ist safe. Fabo ist safe. Fabo ist safe. Einfach Reviv. Dena, wehen einfach Reviv. Sing, 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 sing. Rede wirst du ausprobieren, was dann passiert. Ja, das, ich wusste ausprobieren, wie dann passiert. Okay. sons, 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 sons. Ja, das ist ... Ich wusste ausprobieren, was dann passiert. Okay. Wow, sieht so aus, als hätten wir einen neuen Members im Dev Squad. schön mit bg kaum jemand rein das ist meistens immer so das erste was man macht ich möchte eine sache kurz sagen lucas was hast du und also caruso was hast du und rechts und schießt gemacht ja die schießt hast mit dem weißen und roten innerhalb von einer sekunde fertig ich hab ihn gesehen ich bin mittlerweile auch schnell drin wirklich also die ganze zeit mit mir umgelaufen aber ich hatte auch die ganze das gefühl er will mich töten weil er immer in mir war also auf jeden fall ehrenloser hund weil er den er gerade um gebracht hat der einfach kompletter nur bis links ich war die ganze der leine ich bin links ganz alleine habe ich doch gesagt ja dann links und da ist zuletzt wer ist als leiten als du hast ja anscheinend und werden es leute reinlaufen sehen wer kommt als leger einlaufen nicht rein doch war ja doch aber dann kann ich mich nicht erinnern aber ganz am ende war reden wie der ist rausgegangen und mit uns und karl der war kam von navigations gar nicht so was hengi der weapons war hengi was auch karl war nicht rechts oder karl war nicht rechts oder karl war nicht rechts und am anfang warst du anscheinend links am anfang jahr war ich aber engine aber in der frage wie viele aufgaben habt ihr noch ich habe nur eine aufgabe den ich habe auch nichts mehr sind irgendwie zu wenig eingestellt kann das ja wir können ein paar mehr machen oder hey karl kannst du noch mal schnell was sagen nochmal schnell test 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 ist Jojojojo. Danke. Nochmal, Karl? Nee, für dich nicht. Ähm... Alright. Das ist ganz schön hier, von den Aufgaben her. Hier noch irgendwo einer? Lights... Inside... Moin. Er stand auf der Leiche drauf. Er stand auf der Leiche drauf, als er reported hat. Hat mich gesehen und hat instant reported. Ziemlich verraschen, Digga. Ich bin grad reingelaufen. Ich hab ein bisschen gebraucht. Ja, okay. Das stimmt schon. Aber entspann dich mal. Ich bin grad reingegangen. Lass mal mit was reden, der reported. Wo war das? Wo war das überhaupt? Ich bin vor der Cameras. Ich bin grad Kameras reingegangen. Security. Also nicht vor, aber so straight an der Tür. Ich bin grad reingegangen. Ich hab zwar eine Sekunde gebraucht. Das stimmt schon, was Kevin sagt. Aber chill. Chill, bro. Chill. Ich meine, du musst es nicht gewesen sein, aber du standest halt auf der Leiche drauf. Und ja, ich hab eine Sekunde gebraucht. Ich glaub, ich hab die Lösung hier. Ich hab die Lösung hier. Karuso, wo bist du hingegangen, als du links oben, als die Türen zu waren, am Anfang hingegangen dann? Wo bist du hin? Ja, in Madbay rein und hab da die Anlass hat gescannt. Kevin hat mich aus Madbay rauskommen sehen. Ich hab ihn auf jeden Fall. Ich hab nicht gesehen, wie an Madbay reingegangen ist. Kevin war aber am Anfang. Kevin ist doch mit oben. Ja gut, dann kann er auch von links gewendet sein. Und ich meine, er stand ja nicht perfekt auf diesem Scanner-Ding. Er stand in der Mitte. Das war keine Visual-Task, Ansehen, Kevin. Ich glaube, ehrlich gesagt, Reeps hat hier Eierflatten bekommen und hat Kevin gesehen und hat dann Self-Reported. Warte, warte. Ist Kevin nicht mit uns hinten oben gegangen? Kevin hätte nie im Leben getötet, wenn er weiß, dass ich hinter ihm herlaufe. Oder wenn Reeps und Papa Flatten 101 ist, ist Reeps auf jeden Fall der Schuldige. Fabo versucht hier Reeps zu nehmen. Ich weiß noch wissen, wo Karl und Held waren. Wo warst du? Wo bist du gekommen? Bist du von unten gekommen oder von oben, Kevin? Achso, ich bin von oben gekommen. Ich bin in Cafeteria reingegangen. Also ich war erst Admin oder so. Das Deutsche noch mal nicht schon. Dann bin ich hochgegangen. Madbay geguckt. Da war Caruso auf diesem Scanner. Bin wieder hochgegangen. Upper Engine. Dann waren die Türen zu. Dann bin ich Security reingekommen. Ich habe die letzten beiden Aufgaben da jetzt. Einmal Kabel. Ich war in Lower Engine und habe da den Tank befüllt. Wir müssen jemanden kicken. Wir müssen jemanden kicken. Wir sollten Reeps kicken. Ey, Low Cap. Ich habe echt ewig gehofft. Ich weiß aber. Überleg doch mal. Überleg doch mal. Überleg doch mal. Also ich hätte es da ja auch hin müssen. Was ist das mit der Säne sagen? Wenn du so der Reeps auch hinbekommen. Low Cap. Oder was irgendjemand denkt, wenn das ist. War irgendjemand noch Electrical? War irgendjemand Electrical? Irgendjemand hat jemand irgendwie Electrical gesehen? Oder einfach Reeps. Also Caruso und Zappa sind sicher Alibi. Ich hoffe, dass es Reeps ist. Dann ist es 40 Meter von Caruso. Das Ding ist. Caruso pusht auch hart. Ja, eben. Caruso redet immer so viel. Ey, Leute. Wir haben die Karte nicht. Der zweite Poster muss Henki sein. Oh Gott. Ich habe Angst. Das könnte auch Caruso sein, Männer. Das wird schwer, Chat. Das wird ganz schwer. Was macht der denn hier zu? Oh. Wir haben das schon gemacht. Jetzt kann ich nicht fixen. Ja, das Ding ist. Kevin beschuldigt gerade andere Leute. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass Kevin nicht stirbt, sondern dass ich lieber irgendjemand anderen kill. so jemand wie Fabo. Ich habe aber nicht mehr genug Zeit wegen Getars. Fabo? Komm schon mal. Komm schon mal. Oh, fuck. Oh nein. Das war Dead Giveaway. Das war Dead Giveaway. Es kamen zwei. Ich kille, wenn ich den nicht kille. Nein. Da wird dann instant reported. Ey. Ich weiß, Henki hat die Karte gerückt. Aber darf ich kurz was sagen? Ja. Ja. Pass auf. Ihr könnt euch erinnern an die Kommentars. Und die Kommentars hat jeder auf der Map. Was ist die Kommentars? Hm? Die Kabel. Es ist nicht die Karte. Henki hat gesagt, er hat die Karte gemacht. Also, ja. Ich dachte, das wäre die Karte. Das war ein Kabel. Ich hatte dann das zweite Mal vor Security die Kabel. Hast du mich gesehen? Da warst du gerade ein Reaktor drin. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall recht gehabt mit Reapers. Sonst wäre er einen kill und wir hätten verloren. Was bedeutet, dass es per Uso nicht sein kann? Warum hat Henki über den Knopf gerückt? Wollte ich gerade sagen, die Zeit war bei zwei Sekunden und Karl stand da ungefähr fünf Sekunden vor. Ich bin gerade angekommen. No Cap on a Rack. Der Henki, du bist aber auch weggerannt von O2. Ich bin da hingelaufen. Ich bin da hingelaufen. Ich war mit Henki noch Reaktor am Ende. Henki hat mich auch umbringen können. Ich bin zu O2 gelaufen. Du bist immer nach oben Richtung Weapons gelaufen. Henki, ich glaube, du bist es. Ja, zu Weapons, weil ich zur Cafeterie gegangen mit dem Knopf gedrückt habe. Guck mal, wir sind so close beim Task Win. Ja, wir sind so und so jetzt. Henki ist mir viel zu sus. Ja, trotzdem skippen wir. Also, Caruso kann es nicht sein, weil Caruso den Reapers rausworten wollte. Das heißt, Caruso zählt. Aber Caruso, warum Henki? Weil Henki gesagt hat, er hat die Karte gemacht. Wir haben die Karte nicht als Task. Und an seine letzten beiden Tasks würde er sich, glaube ich, richtig erinnern. Oh, da habe ich auch. Der hat gerade O2. Ich hatte den Upload, du nicht genackt. Sondern hat das irgendwie auf dich geschieben wollen. Oh mein Gott. Henki, was war in deinen letzten Tag? Wo? Der Upload in Admin, dann das Kabel in Admin. Da bin ich vor Security. Da hat Caruso mich sogar gesehen. Und da ist die Karte eingegeben. Und? 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 Das war die letzte Zeit. Abtot in Admin, das Kabel in Admin und dann vor Security. Warum? Warum warst du dann in Reaktor jetzt gerade? Einfach nur so. Weil Caruso da drin war. Und da bin ich von... Ich bin von Reaktor CO2 und habe den Code gefixt. So ein Karlsstaat davor. Ey wir skippen, wir gewinnen mit Karte. Aber Henki ist. Das heißt, vergesst Farbo nicht. Farbo kann es immer noch sein. Es gibt Farbo nicht. Farbo hätte mich töten können in Reaktor. Ich glaube ehrlich gesagt, Farbo ist... Aber Caruso hätte theoretisch... Caruso ist ganz schön hier am... Ich bin seit zwei Runden... Ich habe gerade meine letzte Tasche. Ich bin seit zwei Runden. Ich bin seit zwei Runden. Ich bin seit zwei Runden. Ich habe Farbo's kennen sehen. Ich vertraue Farbo und Kevin. Fuck Chat. Nee, das war... Ich habe immer darauf gehofft, dass das O2... Das O2 kaputt geht. Das O2 kaputt geht. Das O2 kaputt geht. Dann muss das Handy sein. Und ähm... Und äh... Ja. Das O2... Es waren zwei Sekunden. Chat, es waren zwei Sekunden. Es war wirklich close. Und Farbo, gib mir einen Kuss. Es war echt schwer. Ich bin sehr gemüdet. Es war echt schwer. Ja. Ja komm schon. O2, O2, O2. Komm schon. Komm schon. Zähl runter. Zähl runter. Zähl runter. Zähl runter. Moin. Karl stand auf der Leiche. Yo. Kevin stand legit davor. Ich hab's euch gesagt. Kevin stand legit davor. Karl, du standest auf der Leiche. No joke. Kevin hat selbst reportage. Kevin stand vor der Leiche. Direkt bei O2. Ich sag, es ist Karl. Ich kam rein. Ich kam actually rein. Ich kam instant rein. Er ist self-reported. Es ist Karl. 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 No joke, Karuso. Wenn du schlau bist, mach mal Kevin. Actually mach Kevin. Karuso, wenn du einmal sei, einmal schlau in deinem Leben. Es ist Karl. Letzte Runde hab ich's euch gesagt, dass Karl den Code nicht eingegeben hat. Bei zwei Sekunden. Weil ich grad ankam, man. Das war so ass, dude. Weil ich grad ankam, Mister. Sorry. Das Ding ist, Karl hat uns gesaved in der Runde davor, in dem er den Code eingegeben hat. Wenn er im Poster wäre. Ich hab den Code eingegeben. Warum? Ich hab den Code eingegeben. Oh mein Gott. Ich muss das nicht euer Ernst. Das andere Ding ist, Henki ist jetzt super happy, dass Karl es ist. Ich würd jetzt eigentlich ganz gerne trotzdem über Tasks gewinnen. Das Ding ist, Dehner wird wahrscheinlich noch ein paar Tasks haben, weil er die zum allererst mal hat, dass ein Tasks gewinnen ist super, super hard. Darf? Hä? Einmal kurz bitte. Schau mal ganz kurz. Henki hat Karl gewählt. Papa Platt hat Karl gewählt. Karl, du hast? Äh, Kevin gewählt. Auf Frischert hat er drauf. Lukas, ich bin da reingekommen. Kevin, Kevin, Kevin. Und er stand an diesem Automaten und unter ihm war die fucking leiste. Nein, du standst, du standst direkt davor. Du standst direkt davor. Das ist Karl. Instant. Ich kam durch die Tür rein, du hast Helferkot gemacht. Karuso, du hast gesehen, wie ich von oben kaffeteriert zu dir gekommen bin. Ja. Und hab den Code angegeben. Wo genau lag die Leiche? Achso, soll ich das jetzt sagen? Sorry. Soll ich meinen? Die Leiche lag unter Karl an dem Automaten. Die Leiche lag unter Kevin bei Admin, direkt bei dem Ding. Admin, da musste man ja O2 machen. Direkt bei dem O2 Ding. Direkt bei dem Schallknopf. Ich bin dahin gerannt wie der Verrückte. Shut up. Fabo stand unter ihm. Weiß. Stand auf Rosa. Ich bin von oben in den Song verhoben. Die Leiche lag in Admin. Nehm ich noch mehr, Bro. Kevin hat gar nichtsiges Mal Bro gesagt. Ich... Ey, das Ding ist... Ich... Karl, I'm sorry. Du weißt, ich liebe dich. Karl, nice try. Aber... Wenn... Wenn... Gott, okay. Ja, warte, dann mach nächste Runde. Ähm... Safe call Kevin. Hanky ist es nicht. No joke. Kevin spielt richtig gut die Runde. Karl, shut up. Wir haben gewonnen. Habt ihr gar nichts. Ja doch. Hey. 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 Du hast nicht einfach den Kill geholt. Du hättest die gefickt. Easy. Weil der eine Reporten hätte können. Ja, weil der eine Reporten hätte können. Genau. Ja, aber dann wär's dasselbe wie mit Kevin jetzt. Ey. Replace Kill war so lächerlich wieder. Wirklich. Ich konnte ja nicht wissen, dass Hanky gesasst wird. Das war wieder so schlecht, Alter. Hanky wird ja jetzt danach gesasst. Deswegen nicht. Karl, Alter. Weil links... Ich hätte auch wenden müssen. Ja, sorry. Sorry, Alter. Karuso. 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 Ich hab's gut gemacht. Ja, das ist wirklich gut gemacht. Du hast so viel... Du hattest mich voll auf den Kicker. Ich war in dir drin und die Leiche war wo ganz anders. Oh mein Gott. Shit, ey. Ich hab grad einen Smoothie geaxed. Ich hab jetzt so viel Vitamine im Kopf. Ich werd alles nötig. Ich kann bitte den 10 to join. Dann können wir starten. Dena. Oh, bin ich lieb. Dena, warst du mit allen Aufnahmen fertig? Dena ist gelb. Bis auf eine Kleinigkeit. Quitt oder play again. Quitt oder play again. Play again. Play again. Also du sollst wieder in die Lobby kommen. Ja, dann quitt. Ja, hätte ja sein können, dass man neu joinen muss. Lügen, Dena. Ey, ich war instant fertig. Besten Gelb von euch. Es hat gedauert, ob ich's verstanden hab. Aber dann hab ich fast alles fertig. Ich war bei der letzten Aufgabe und dann war das letzte Meeting. Kein Problem. Ah, Kevin ist muted. Ist es normal, dass wir nur eine Kommentarskam? Ja, es ist normal. Damit man daran halt erkennen kann... Ja, ich will aber zwei machen, weil das ist so lame. Kevin, magst du deine Farbe wechseln? Kevin, Kevin, bitte. Was ist das? Kannst du deine Farbe wechseln? Ja. Dena? Wie bekommt man ein Haus 4? Sollen wir noch eine Task haben? Ja, eine. Ja, klar. Schau, wenn die Tür jetzt nicht fest ist, du bist so gelaufen. Ja, ich bin noch schnell. Start. Ey, Karl, was war das eigentlich für ein Big Balls Kill bei mir, Digga? Das war richtiger Gangbanger. Karl war bei mir drin und hat mich eiskalt getötet. Sorry. Sorry. Alright, chat, sub-mode. Alright, chat, sub-mode. It's sub-mode time. Puh. Die Lobby ist eigentlich ganz cool. Oh Gott. Die Lobby ist eigentlich echt ganz nice. Das Ding ist halt, wir hätten gewonnen, hätte Reparts mehr Kills gemacht am Anfang. Äh, Reparts hat halt wirklich, äh, der hat halt legit keine Kills gemacht. Die ersten zwei Runden habe nur ich Kills gemacht. Und, äh, der Double Kill war auch, äh, ja, der war halt fucking, der war halt richtig dumm und risky. Ähm, wir hätten halt easy gewinnen können, aber fuck it. Ja, hätte ich gewendet, hätte ich gewendet, ähm, boah, ich hätte, ich hätte wenden sollen. Es stimmt schon, chat. Ich wusste aber nicht, ob ich machen soll. Moin, Moin. Moin, Moin. Kurze Frage. Pro Temp?! Ow! Hast du nie die Leiche gefunden, oder hast du... Nein, aber mir ist das aufgefallen. Tim G, wieso hast du grad nicht... Ey, wieso hast du grad nicht Oxygen gefixt obwohl du direkt davor standst? Das ist Sono-avaitgecheck. Tatsächlich ist das Ganze nicht gecheckt das, äh, dass das, äh, als das gerade an war ehrlich gesagt... Pas sich an, das war dreimal und dann hab's geguckt und bist raus gelaufen. Warum? Ich schwöre, ich hab' es nicht gemerkt. Wirklich. Also ihr drohtuell ist er ja komisch alles aufonn. Hierzu, der Bildschirm färbt sich ja nicht rot und es ist ja auch falsch. die loskarte gespielt das zieht nicht noch mal rausgebracht dann habe ich upload gemacht und dann habe ich admin habe ich kreditkarte durchgezogen habe ich das ding angeguckt der upload gemacht und ich glaube die leiche war eher links ja die leiche war eher links glaube ich also ich bin ich bin rechts einmal komplett durch ich war auch rechts ich war auch rechts ich wollte noch was angemerkt haben vermutlich nicht viel wenn ich das über die leiche ist aber ich gebe mal ein kleines task auf tim gaben wenn man davor steht halt vor allen dingen crew inside tim g und fabo waren zusammen admin ja aber tim ist rausgelaufen als ich bin am ende doch klar ich bin zuerst über elektrik und dann hat gepieft bin ich da hinten reingelaufen was mit karl ich bin rechts ich höre so ein bisschen an kevins stimme raus dass er angespannt ist ich weiß nicht chat ist es ist es meter gaming wenn man wenn jemand angespannt klingt sorry es ist meter gaming wenn man angespannt klingt und dann sagt okay der muss das irgendwie sein weiß ich nicht oder ich glaube das ist einfach normal okay wenn man kevin ist glaube ich ich glaube sind kevin und karuso oder rewi karuso hat nämlich auch wieder so ein bisschen war nämlich sehr 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 warum ich wollte gerade sagen weil ich gerade Damit du dahin schneller wenden kannst. Nein, Bro, man, Alter, als ob ich dahin wende, wenn da alle hinwenden sind. Du kamst schon da, du kamst sogar vom Reaktor. Kevin, lass mich doch jetzt mal ausreden, wenn du mir eine Frage stellst. Ist das einfach trash? Kombination funktioniert nicht so, wenn du mich anschreist, wenn ich dir eine Frage beantworte. Bro, ich bin Tim Gabel hinterher, weil ich dachte, ich kann nicht da rein jetzt meine Aufgabe machen. Und ich dachte, Tim hält sich die ganze Elektrical auf und er wendet da raus. Tim Gabel, der ist die ganze Elektrical drin geblieben. Ich dachte, er wendet da raus, deshalb habe ich das gecheckt. Ich habe drei Aufgaben dort drin. Dann habe ich halt gecheckt. Du kamst aus Lower Engine, Digi. Ich kam nicht aus Lower Engine, das ist so gelogen. Bro, das ist so gelogen, ich habe noch drei Aufgaben, zwei Aufgaben Elektrical. Ich wollte nur checken, was mit Tim ist. Du kamst aus fucking Lower Engine gelaufen. Ganz kurz, also ich kann Revi decken. Ich kann Revi decken, wie gesagt, der hat Aufgabe, die erste Aufgabe. Auch wenn er ihn beschuldigt hat, der hat die gescheit gemacht. Ich habe auch fastbar geguckt. Wissen wir, wo Caruso war? Der ist nämlich tot. Ja, wissen wir das. Hast du den reportet, Kevin? Ich sag nicht nur, wie die war. Aber Revi kam auf jeden Fall aus Lower Engine und ist elektrisch hier reingegangen. Das habe ich auch gesehen, Kevin. Ich war bei dir. Papa, das ist ein Sonderschüler. Mich nervt das. Mich macht das richtig aggressiv. Weiß jemand jetzt, hallo? Weiß jemand, wo Caruso ist? Nein. Kevin, wie bist du so schnell in die Cafeteria gekommen? Von Lower Engine. Ich war bei den Cafeteria, Bruder? Ich war bei den Cafeteria, Bruder? Äh, zum Reporten. Dafür kommen mir auch keine Möchte. Ach, ich bin schnell durch, der Sprintet direkt. Ich war dann, hast du Sprint-Taste gedrückt? Ah, ja. Nein, Digi. Ich bin Lower Engine, dann war Reaktor schon gefixt. Ich war ganz am Anfang mit Reaktor, dann kam direkt Tim Jacken, Henki und Reapers rein. Ich glaube, die haben Caruso nicht gekillt, weil die halt dann als erstes da waren. Und in der Gruppe alle miteinander. Papa, da kann ich bestätigen. Er ist wirklich durchgesprünscht, ich war hinter ihm. Die Gabo-Seite. Wer ist das? Keiner ist da, Rebi, ich hasse das. Das ist richtig schlimm. Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Yo, Chat, ähm, ist das gut, wenn ich die Map so auflasse, dass ihr halt praktisch wisst, wenn wir darüber reden, halt über welchen Ort, wo der Ort jetzt halt ist und so? Ich glaube, das ist besser, weil ihr seht ja auch dann, äh, warte mal hier, Cafeteria. Ihr seht ja dann auch, äh, wer redet. Oben links. Oh, shit, Mad Bay. Alter, die sind ja alle. Ja, komm, kill mich. Wir fixen alle nicht lights. Oh, no. Okay. Reapers, Tim G, hätte mich easy killen können. Reapers, Tim G, hätte mich so einfach wegmeucheln können. Es gibt zwei Tims. Tim G und? Ich dir doch ein bisschen denerleit, dass er halt immer instinstirbt. Äh. Tim G und? Dass er auch Reapers hat. Die hätte mich so easy killen können. ich bin zuerst über engine dann bin ich reaktor reiß rein ab oben das 12345678 mit zehn ding gemacht bin dann zu security und in die camps ok karl hat mich auch gesehen rauskommen also ich kam ich war medbay ich habe diese reagenzgläser befüllt dann bin ich reaktor gegangen habe das zahlenspiel gemacht habe dann dicht durchlaufen sehen nach lower engine und team jackson habe ich aus reaktor kommen sehen glaube ich der ausgabe gemacht als allererste als allererste ganz ganz und dann gerade jetzt in der runde bestimmt ganz kurze frage tim jakken was hast du auf camps gesehen ich glaube es sind hank und kevin die leiche also nichts verdächtiges keine ahnung warum komm mal weil wir hast du hast du nicht hast du fabo nicht gesehen bei ding weil fabo war zwischen admin und storage ist der runtergelaufen dann ist der gestorben weil ich war mit den ersten haben wir gemacht habe ich noch mal ganz kurz wo warst du gleich erstmal gefunden ich habe die leiche in lower engine gesehen und tim gabel ist 100 prozent und wer war das war das dings review oder fabo aber fakt ist zum gabel ist 100 prozent weil ich nämlich den scan machen ich musste den scan machen und da stand warte vor team bei nur einer sich kennen kann also ich habe ja ich denke mal wir sind safe md hat mich gerade nicht umrechnet ich glaube ich glaube es ist kevin oder hanky ich würde zirka und ich habe das land ich habe was mit dem selbst report ich weiß nicht kann nicht gleich ist einfach nur die idee weil wir sind safe auslustverfahren ja ich habe ja ich bin jetzt im jacken wir müssen einvoten wir müssen einvoten wir müssen einvoten wir verlieren haben wir verloren aber was soll ich machen wir haben wir verloren ich habe keinen Fall wir haben verloren ey Tim wir sehen uns bro ciao 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 ich hab euch noch ein Auge auf Kellen Auge auf Kellen bei denen hab ich noch ein ich bin wirklich safe Das war hart random, das war hart random. Ich glaube es ist wirklich Kevin, Chad. Ich glaube es ist wirklich Kevin. Das war ein bisschen random, ja. Ich hätte halt gerne auch Hanky gehabt. Ich hätte halt gerne auch Hanky gehabt und... Also den hätte ich eigentlich lieber gehabt. Aber ich glaube Rehparts und so, dass wir drei safe sind. Okay, wir swipen auf die Card. Ich glaube, dass wir wirklich safe sind. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es ein absoluter Five Hat Play vor denen ist und ich Third Imposter bin. Oh Gott, Reaktor Meltdown. Gut gut. Gut gut, meh. Ja, Double Kill, gell? Oh Gott, Hanky ist es. Hanky ist es nicht. Oh, es ist Kevin. Es ist actually Kevin. Ich mache Emergency Meeting. Ich mache Emergency Meeting. Jo. Ähm, warum kam Kevin als allerletztes dahin? Alter Digi, ich war ganz recht. Ich musste einmal komplett rüberlaufen. Warst du ganz recht, Kevin? Bitte? Ne, ich war auch Achtmännchen. Und der Shields Digi, ich habe dieses mit den Fünfhengen gemacht. Ich weiß nicht, irgendwer war bei mir noch. Ich glaube Hanky. Shields. Ja, also ich habe mich da auf jeden Fall gesehen, aber... Wir müssen an dir vorbeigekommen sein, Tim. An mir. Ne, das Ding ist, ich bin dran vorbeigelaufen, aber das komisch ist, ich bin Stowage rein, also ich war an Stowage drin, wollte von Stowage nach rechts zu Shields, da kam mir Papa Platte entgegen, sieht mich und dann läuft er mir hinterher und geht dann wieder Shields. Aber ich war auf Distanz, der konnte mich also. Ich wollte nicht aneinander umlaufen. Also erstmal ganz kurz noch sagen. Tim hat die Leichtstube Engine, oder nicht? Weil sonst hätten wir uns gefickt. Ja, sonst hätten wir verloren. Hanky hat doch auch unten das gemacht, oder? Reepatz kam auch. Tim G. Hey Kevin, welche Aufgaben hast du noch? Ich habe Reaktor unten gemacht und dann kam Karl Reiner Drogen gemacht. Warte mal kurz, lass mal kurz durchgehen, wer welche Aufgabe hat, weil dann... Ich habe eine... Was hast du? Communications Download machen. Das war's, dann bin ich fertig. Okay. Ich mag nicht electrical Kabel machen, aber ich weiß es nicht mehr genau, könnte auch noch irgendwo anders sein. Aber die muss ich auf jeden Fall machen. Ich habe... Also ganz ehrlich, ich fand es richtig komisch, dass Kevin als allerletztes da rauskam. Ich wollte gerade sagen, also letzte Runde war die Leicht... Ich musste einmal rumlaufen. Papa Platte... Einmal kurz. Papa Platte war die letzte Runde mit mir electrical. Ich wollte gerade eine Aufgabe machen und in dem Moment kam es und ich musste einmal oben rüberlaufen. Ich kam ganz am Ende kam ich auch. Aber super spät halt. Dann bin ich mit... Einmal kurz, letzte Runde mit die Leicht noch lower engine und Papa Platte und ich war eine electrical. Ich bin nach rechts weg und er ist nach links Richtung lower engine. Jaa... Also gar... Also ich würde, ich würde... Aber wir haben einen weg. Ich sage euch, ist es thank you oder ist es Papa Platte? Einer von beiden ist es safe. Jaa... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Keine mehr. Okay, dann folgen wir bitte. Ich muss noch zwei machen. Ich bin hier gefolgt auf safe. Okay, dann... Jetzt gehen wir... Boah, ich wär echt für Kevin auswoten. No joke. Ich wär echt für Kevin, der ist mir ganz sass. Ist mir ganz sass. Das heißt, wenn wir zusammenlaufen, ist... Also ist easy. Okay, I guess. Dena macht deine Aufgabe. Junge? Junge? Panky, wo ist Kevin? Okay, Rehpatz, Tim, geh. Rehpatz, Tim, geh. Rehpatz, äh, ich geh dahin. Kevin tötet mich jetzt hier. Ja. Ja. Es ist so klar. Warum hören die denn nicht auf mich? Warum hören die denn nicht auf mich? Mann, ey, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, jetzt haben wir ihn raus. Okay, voted Kevin. Hau rein Kevin! Ich kann mal das Navigation... Nee, 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 nee. Ich hab' gerade hinter dir gelang gelaufen. Chillt mal. Ach du mich nicht mal ganz sehen? Nein, komm. Nein, 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 nein. Ich war gerade hinter dir. Kevin, was hast du denn Aufgabe gemacht? Ich war gerade hinter dir. Ich hab' nur kurz, dann bist du weglaufen. Du warst gerade auf dir. Tim und Hanky, beide Oxygen oben gemacht. Ich war ja auch da, Jungs, oder? Ich geh runter, Oxygen... Ja, komm, jetzt haben wir den anderen raus. Finally. Ja, das ist Kevin. Das ist hart, Kevin. Hallo, Hanky und Tim haben beide Oxygen mit dir oben gemacht. Ich wollte nicht forsen, falls ich falsch liege, Chad. Wenn ich falsch liege, ist es richtig so. Ich war hinter dir, ich kann's gar nicht gewesen sein. Nein, ich hab's nicht mal gesehen. What the fuck, dein Sichtfeld ist einfach scheinbar besser. Ey, Jungs, ganz kurz. Ich hab dich auch nicht gegeben. Tim Gabel. Guck mal, hör zu. Du und Hanky, ihr habt ja beide Oxygen oben gemacht. Nachdem ich mein Download gemacht hab, bin ich ein bisschen in die Lane nachgekommen. Tim Gabel. Tim Gabel. Ja, so. Wir waren zu dritt oben Oxygen. Zu dritt. Ja. Ich ging hier runter, zum nächsten Oxygen. Im Eingang von Edmund liegt die Leiche. Wer kann's gewesen sein? Ja, Kevin, los. Aber er hat doch nicht gewonnen jetzt, wenn wir Kevin rauswurten, oder? Nee, ah, der hat ja nicht gewonnen. Aber er hat doch nicht gewonnen jetzt, wenn wir Kevin rauswurten, oder? Nee, ah, der nicht. Wir haben gewonnen. Ja, hat der? Easy. Aber das ist Kevin. Wir haben gewonnen. Easy. Digga, so einen Random Kill von mir. Ich hab so smart gespielt. Ey, ganz kurz, wisst ihr, was ich dachte grad? Die Taskleiste ging hoch, okay? Und keiner von euch hat eine Task gemacht, außer... Die Geister. Die Geister. Die Geister. Ich danke, dass ihr jetzt meine Karte nicht richtig swipen durftet. Weil ich hab's richtig lange versucht. Das hat nicht geklappt. Und jetzt ist einfach vorbei. Felix, du bist so leider gestanden zu allein. Ja, Kevin, du bist der letzte Mensch. Oh mein. Wenn du im Disco bist, dann nehm dir die Karten nicht an bei den Automaten. Kevin, hast du nicht gefehlt? Weil du Angst hattest, dass ich zu viel Infos bekomme, weil ich noch weiter geredet habe? Okay, du willst Wasser. Also, ja, aber du hast es auch immer wieder gesehen. Felix, kleiner Tipp für die nächste Runde. Gehen dir am Anfang am besten mit Leuten mit und mach die Aufgaben, während Leute dabei sind. Dann wird man nicht getötet. Können wir noch nur Lobby spielen? Go. Ey, sorry Leute, lass mich nicht verspät haben. Aber ich bin jetzt da. Hallo. Ehrenloser. Ne, ne, also Lena, Lena, du verstehst das nicht. Ist es nicht immer der gleiche Imposter? Ich weiß. Aber, aber trotzdem. Ja, ja, mach nur ne Runde. Alles easy, alles easy. Go voll. Romata, halt mal bitte in den Mund. Du bist nicht dabei. Oh. Holy shit. So was von Rewi. Hallo Romatra. Hallo Romatra. Hallo Romatra. Hallo Romatra. Hallo Romatra. Hallo Romatra. Ich freue mich richtig auf dich Romatra, wirklich. Ich fühle mich nicht auf dich. Romatra bitte mute dich. Du bist gerade nicht Teil der Lobby. Bitte nicht, Felix. Danke. Ist Romatra erst nächstes Mal wieder dabei, oder was? Jawohl. Jawohl. Okay, perfekt. Bäh. Du bist nicht muted, glaube ich. Hallo. Oh fuck. Du bist nicht muted, bro. Du bist nicht muted. Ah. Mein Global Hotkey geht nicht. Okay. Yo. Hört man mich? Gut nicht. Oh mein Gott, Chad. Alright. Wie im Posting. Oh. Als ob. Der ist der Temp in Elektro. Ich habe zwei Leichen. Hör keine Lotte! Ich finde dein Leben! Hä? Also Dehner kann so wie vor nichts sein. Also Revio und ich waren oben rechts O2. Ich hätte ja.. Warte, wer ist oben rechts, O'Too? Ich sag's, wie es ist. Revy und O'Toole Hanky, Revy, ich und Deena sind safe für den Kill. Karuso, Karl, Kevin, Tim. Ich weiß ja nicht, der hätte mich tausend machen können. Ich bin als erstes nach rechts gelaufen und dann zurück, da war in Cafeteria Karl, weil er ja noch auf Cover. Und dann sind wir zusammen gerade in Madbay reingewalkt. Wait, Karuso kann's auch nicht sein, Karuso kann's auch nicht sein, weil Karuso auch rechts war. Dann sind's Karl und Kevin. Der wird auch rechts, Karuso? Ja, Karl und Kevin sind die. Also, Kevin war auch rechts. Was? Ja, ich war auch rechts. Dann bin ich wieder. Können wir auch rechts. Dann sind's Sim und Karl, GG. Ich war AFK und bin dann... Ich bin halt von Real AFK. Also, ich bin Imposter. Ganz kurz, ob ich Wasser geholt. Kurz von Report. Nachdem das liegt schon wieder an war noch. Kevin, Karl, wann war die rechts? Ich war AFK. Kevin, Karl war rechts. Ich bin nach der Cafeteria reingekommen und da hab ich Karl gesehen und so zusammenfangen. Er hat das erste Licht angemacht. Also, ich bin halt Reperz hinterher und hab den umgebracht, weil ich Imposter bin. Falsche Boystyle, Rumi. Ich wollte jetzt auch einfach Revi, weil er nervig ist. Ja, okay. Revi fang auf. Revi raus. Ich bin ja auch Imposter. Ich bin ja auch Imposter. Ich bin ja auch Imposter. Ich habe Reperz umgebracht. Ich bin Mörder. Perfekt. Geständnis vor der Jury. Oh mein Gott. Tja. Mit Imposter. Einen habt ihr schon mal raus. Oh mein Gott. Er hat den Spine of Thorn. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bohe. Oh mein Gott. Wo ist Dings? Wo ist Kevin? Bip, 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 bip. Oh. Der Szene hier rauskommt, ist der Tod. Okay, ich gehe nach unten. Wir swipen. Ba-ding. 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 Oh, perfekt. Da waren zwei. Ba-ding. Moin. Alright. Moin. Oh, wo ist sie? Ich habe mich immer gespielen. Ne, keiner tot. Ach so, Rivi. Nein, okay. Ich habe den Button geklickt, weil der Reaktor ist ja superschnell gelöst worden. Bedeutet, es sind 100% viele Leute links. Wenn jetzt einer tot gewesen wäre, hätten ihn links Leute gefunden. Oh, smart. Big Brainer, Alter. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe den Reaktor gefixt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alter, dener, niemals. Ne, 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 ne. Okay, ich dachte, ich habe ihn gefixt. Am Reaktor waren zwei Aufgaben, die ich gemacht habe. Mit so einem Schieberegner. Und den hat man so in die Mitte geregelt und dann ging das wieder. Den ist es schnell am Reaktor raus, Upper Engine hoch. Als der Dings kam. Ey, dener ist es aber nicht, so 100%. Aber da habe ich eine andere Aufgabe gemacht. Ich habe den Reaktor auf jeden Fall, Bro. Also dener ist mit Lower Engine entgegengekommen, hat mich gesehen und ist direkt wieder umgedreht. Weil ich dachte, dass du mich ermordest. Und ist dann Upper Engine gegangen. Nein, aber dener ist es nicht. Ey, ganz am Anfang war dener und ich in Mad Bay und dann bin ich weg, weil Reaktor war. Und dann kam Karl und es sah so aus, als würde Karl Dena umschlitzen wollen. Ne, ne, ne. Ich wollte nur gucken, ob Dena irgendwie kommt. Aber Karl und ich haben Reaktor gemacht. Ganz kurz, die Frage. Kevin, wo bist du von Upper Engine nachher hingelaufen? Nach Security. Ich war kurz an den Kameras. Hab geguckt. Du bist dann, ich glaube, Henkel war noch reingelaufen und so. Ja, stimmt. Dena stand Security unten. Ich glaube auch nicht, dass Dena einen Double Kill gemacht hätte. Dena stand Security unten links in der Ecke. Da ist nicht immer eine Task, oder täuscht mich? Mann, Dena ist es aber nicht. Ich hatte Angst und hab mich versteckt. Dena kann den ersten Kill gar nicht gemacht haben. Das kann nicht sein. Dena ist es safe. Dena ist absolut safe. Ich glaube, es ist wieder einer der Imposter, der mit Karl zusammen Imposter war. Entweder sogar Karl, weil es sind Laufentüren sabotiert. Alter, das Fakt übertrieben haben. Ja, aber deswegen kannst du doch nicht jemanden festlegen. Matras. Sass. Es macht euch jetzt Türen noch mit einem anderen Tür. Ja, Matras. Warte doch einfach bis die Tür aufgehen, hä? Bitte einfach skippen. Warum reden wir überhaupt so viel? Ja, es ist natürlich schön mal zu reden. Ja, wir reden natürlich wenig miteinander heutzutage. Schön mit euch zu reden. White people blanket. Bis später. Tschüss. Bye bye. Tschaui. Mua, big kiss. Biggest kiss. Also irgendwie ist das sehr merkwürdig. Wir machen es so gut. Wir machen es actually so gut. Wir machen es so fucking gut gerade. Ich habe hier unten noch Tars. I guess. Ist das nervig mit den Türen? Holy fucking shit. Pssst. So. Kevin jetzt O2. Kevin jetzt O2. Komm, geh doch, geh doch, geh doch, geh doch, du Arschloch. Es sind Karl und Kevin. Also, pass auf. Was war ich gerade? Irgendwas passiert. Lass mich ausreden. Ich muss hier meine Musik ausmachen. O2. Ich bin mit Tim Jacken, Karl Nebelnig und Papa P in electrical rein. Okay, was ich gesehen habe. Sorry. Ich denke mir, die denken sich jetzt bestimmt, is going. Ich komme aber wieder zurück, will double checken und ich finde den toten Tim Jacken. Ich habe gesehen, dass der O2 ausgelöst war und anstatt er selber nach admin oder nach O2 läuft, geht er einfach electrical rein. Random. Ja. Das Ding ist, ich war gar nicht electrical drin. Die O2 sind wirklich Karl und Papa P. Ich war halt legendlich nicht electrical drin. Lass mich ausreden. Zuletzt nur nicht die Cap. Zuletzt aus electrical raus. Lass mich nicht erklären. Warum bist du mit dem Auto gelaufen? War das doch nicht einfach ein Double Kill gewesen, Caruso? Ja, okay. Ich glaube, das hat Kevin Pepe gehabt und er ist mir deswegen gekommen. Aber Karl ist zuletzt aus electrical rausgelaufen und er legte er toten Tim Jacken. Also ich war nicht in electrical drin. Ich war no joke nicht in electrical drin. Faro, Dena und ich haben Alibi. Ich war lower engine. Das Ding ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Revy ein Imposter war. Ich habe Revy oben rechts bei Weapons gesehen, als der Double Kill war. Das sind Karl und Papa P. Caruso, warum bist du? Erklär mir, warum du electrical drin bist. Ich war lower engine. Ich war nicht electrical drin. Ich war nicht electrical drin. Ich war no joke. Wir kamen gerade aus storage. Das ist jetzt ehrlich, dass keiner von euch in electrical drin war, sonst hätte ich dir gesehen, dass drei Leute in electrical waren. Ich werde von den beiden geframe. So. Natürlich waren die beide aufgeschöpft. Achso. Wenn ist das diese Flan-Taktik. Das ist so unfair. So. Das ist so unfair. Ja. Ich verstehe. Ihr werdet mich jetzt bei der Worten. Du musst es gewesen, oder einem im Metry oder so. Ja, keine Ahnung. um uns zu fragen wo warst du wenn du nicht electrical warst ja lower engine lower engine unten links tank befüllen schön storage vor allem zusammen springen tank und dann und dann kann so einmal ist das ich bin ich bin ich elektrik das hanky service ist karl und papa was ist das aber nicht nur dass beide sind es nur einer ja dann muss es karl gewesen sein karl ist zuletzt aus electrical rausgelaufen keine ahnung wir haben glaube wir verloren jr shit pfff holy shit let's fucking go let's go shit easy verwirrungstaktik verwirrungstaktik reaktor meltdown ist da jemand drin ne perfekt hey forever aber der es muss die sind so dumm alle die anderen oder aber man muss echt sagen dass das kevin und karl zwei imposter zwei crew mit sondern es hat auch ich sage immer jede und ich bin imposter das geht nicht wie die lustigen momente passieren von alleine halt wirklich das muss man nicht forsten doch eigentlich gerade ziemlich witzig das war halt ein youtube aber ich ablaufzeit nicht ich bin also ich mache es halt für den stream die keile wieder wenn ich imposter bin dann sagt dann könnt ihr mich wo das ich bin so clever bing 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 aber schön ja darf ich hochladen jetzt hochladen sie können die runde gerne hochladen das war das war richtig witzig was kann so jetzt noch drin wir können gerne so viel highlights hochladen vom stream wie ihr wollt verlinkt einfach mein twitch dann ist alles okay ihr könnt das ruhig machen das kein problem okay grün grün ist actually kinder sass grün ist fucking crazy sass oh mein gott okay den er ich bin ich gehe weg ich will nicht dass sie dabei machen er braucht so lange um kabel zu fixen ich habe mich einfach gerade aus dem fucking was hast du da gemacht wo meinst du ganz am ende stand ist da habe ich habe verbunden ja ich habe mich einmal ich habe mich einmal verklickt ja macht ja keine ahnung aber die ganze zeit bei mir ja ja aber du hast echt lange gebraucht ich habe ich habe mich einmal verklickt das ist richtig nochmal ganz schnell drauf aber auf jeden fall wo man relativ wie bist du wie bist du zu admin reingekommen ich bin dann die vorbeigelaufen bevor die türen zugegangen sind ja wenn ich da ich habe geguckt was ich habe noch eine tür gelungert weil ich den namen sehen konnte ob du wegläufst und oben ob der balken sich bewegt das komische ist der balken hat sich nicht bewegt du bist trotzdem weggelaufen ja okay das ist mir gar nicht ewig gemacht ich habe wirklich also ich habe wahrscheinlich und war dann im sabotage ding und hat dann einfach gucken das kabel muss eigentlich hinkriegen nein ich habe auch unten in communication und er hat die loch ab 20 sekunden oder was übel lange da zusammen gemacht ja ja ich kann den kill nicht gemacht haben es geht nicht ich bin ich bin auch an dir vorbeigelaufen unten in shields ja dann hättest du die admin reingekommen ja und dann bin ich wieder dann stelle ich hier immer an das reicht das reicht gar nicht von der zeit ganz kurz kann betreuen dass ich ja zu recht auch kann betreuen dass wirklich ewig an diesem kabel ding wo warten wo waren der kill weiß es jemand in admin drin admin ich kann nicht also du hast mich nicht aus dem rauslaufen sehen kann ich bin habe ich nicht die tür ist dazu gegangen bei dem ding dass man da nicht reinlaufen kann so ein tj und romat einfach im auge behalten oder irgendjemand als allerletztes kam ganz am schluss aus kann man hier raus was ist irgendjemand was kapitel hier wer kam aus kapitel heraus irgendjemand gerade eben weil du jetzt jemand gerade das hast du gesehen ich habe nichts gesehen gar nichts ich bin ich rein es ist farbo es ist farbo es ist farbo ich glaube es farbo weil das war krasses dread ich habe ich habe es im gefühl keine ahnung ich glaube ich habe es farbo ach komm schon ja ja instafix ach soll jetzt hier den ganzen bullshit machen kann man das hier ist eigentlich normal kabel walgen geht hoch es kann doch wieder kevin sind es können wieder kevin und farbo sind ich glaube maybe hat kevin heute guten tag wir tasten richtig rein tim jacken okay tim jacken hätte mich so einfach kehlen können ich glaube dem jacken ist safe ich glaube tim jacken ist die leiche liegt aber double kill die leichte die leichte ich gefunden habe das war farbo in karl sollte romatran ali begeben hat es nicht jetzt ist karl tot karl ich habe karl ich habe niemanden gesehen vorbeigelaufen einfach wer war alles communications ich war gerade in electrical hat da die tats gemacht und wollte gerade hochgehen also ich habe gesehen brumatra von abbie ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht an den elektrischer vorbei ich habe nicht gesehen wie ich tot ich war mit farbe und karl am anfang und danach habe es auch versucht aber dann habe ich dich schnell aus den augen vertreten sie konnten und jetzt ist ihr seid ihr könnt mich jetzt gerne rausworten und schon wieder verlieren das ist gar kein problem hat den grad ausgeboten das dem jacken tj dann einfach Seht ihr wieder 2-Jet? Piep Hier hoch Bing I don't know Dina redet auf jeden Fall nicht, Dina hat Angst Oh, perfekt Ah, almost Schön Wir uploaden Ist jemand tot, ne, ne? Einmal kurz, Romatra war letzte Runde, ganz am Anfang, war er schon suspicious, dann ist Karl gestorben Und jetzt gerade, Papa, Platte, du meintest ja, du bist Madbag gegangen Hast Romatra da aber nicht gesehen Ich bin Electrical rausgekommen Aber Romatra ist an mir vorbeigelaufen Von Admin runter an Electrical vorbei Nein, das war nicht ich Yo, Monty, was geht ab? Holy shit, du bist ja noch Mod Also Hanky, entweder du bist im Posto und spielst es gerade gut oder du bist echt richtig dumm Man muss sagen, Hanky und Tim haben beide gevotet so instant, während wir alle so 100 Schuhe sind Nein, 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 nein Ich bin froh, ich weiß nicht, wenn das Romatra das Ding ist Twitter, was würde ich Twitter gucken? Hanky und TJ könnten es sein Aber brachte, wir sind seit Anfang an immer zusammen rumgelaufen Das ist auch wahr Ich hätte dich zu viele Töten von Teoriken Kevin, wo warst du davor die Runde am Ende? Lass den einfach skippen, dass ist so nichts passiert jetzt Ich würde Hankey, TJ und Romatra im Auge behalten. Ganz der Romatra bitte. Aber Kevin, wo warst du davor die Runde am Ende? Also was Hankey, TJ und Romatra im Auge behalten? Und war kurz für den Schroo. True. Ja deswegen frag ich dich. Ich lauf jetzt mit Romatra rum, und wenn ich sterbe, dann ist es Romatra. Okay gut, perfekt. Dann kommst du mit mir jetzt erstmal zu das Simons Testing machen im Reaktor. Ich sag's euch gleich, Chad, die reden alle durcheinander. Ich weiß immer noch nicht, Kevin ist. Die reden alle durcheinander, Chad. Ich war in Cafeteria am Ende, und dann kurz vor Mapback, glaube ich. Ich sag's gleich. Dann hättest du ihn eigentlich sehen müssen, aber egal. Ja, I guess. Also, es ging darum, dass... Es ging darum, dass... Früher Monty gesagt hat, ich soll mal was mit Danny machen. Oder irgendwie sowas. Oder dass Danny einen Teampartner braucht für irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ähm... Ich hab halt gesagt... Ich hab halt geschrieben, yo... Äh... Das war als Danny mich gebeten hat, hier zu schreiben, ja. Und dann hab ich ähm... Äh... Geschrieben, ja, ich muss erstmal auschecken, wie Danny drauf ist. Ne, ob ich halt einfach... Ob ich halt Lust hab, mit ihm aufzunehmen, oder irgendwie sowas. PUBG-Event. Ah, true. Uralt. Ja. Das ist auf jeden Fall lange, lange her, Jed. Oh mein Gott. Ah, interessant. Oh, Kevin ist tot, oder? Gerade gucken... Ja, okay. Äh, Kevin ist tot. Warte, und... Monty. Monty. Äh, sei mir nicht böse. Ähm... Äh... Ich hab die... Ich hab die... Ich hab allen... Alle entmoddet. Ich hab halt komplett neue Mods hinzugefügt. Du bist halt... Du bist halt nicht so oft im Stream da. Ich muss... Hahaha. Ich muss... Ich... Ich kann... Ich... Ich kann nicht VIP'n. Ich kann nicht VIP'n. Wenn du willst, ich kann nicht VIP'n. Wäre das gut. Hahaha. Ja, right? Ist halt... Ist halt... Ist halt... Ist halt... Ist halt... Ist halt... Unfair für die anderen Leute, die, äh... Entmoddet wurden. Es wär unfair für die anderen Leute, die... Entmoddet wurden. Ja, komm. Ich hab nämlich ganz, 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 ganz viele Leute entmoddet. Von früher. Und, ähm... Ich hab keinen Bock, deine Nachricht zu bekommen. Äh, weh, weh, weh. Weh, weh. Was mit meinem Mod? Weh, weh, weh. Jo, Karu, sowas geht ab! Hahaha. Jetzt müssen wir VIP'n kommen. Ich weiß auch, Monty ist ja... Monty ist ja OG. Was, 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 was ist okay... Wir... TJ, wir haben LP zu gewartet. TJ, wen hast du gewartet? 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 JJ, wen votet ihr gerade? Umomatra ist so sicher... Stopp, 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 man. Seid mal kurz leise. Ich wusste, wie ein TJ gewartet hat. Immer noch dich. Ja, dann haben wir jetzt verloren. Dann haben wir jetzt verloren. Dann wollten wir jetzt alle nichts haben verloren. Alter, das ist so doof. Ey, sehen wir. Du warst die ganze Runde immer alleine. Warte mal, erst einmal. Oh nein. Ich weiß ja, dass er gerade nichts gemacht hat. Das hat er jetzt gerade. Aber dann fahren wir ganz. Oh nein. Das ist safe geworden. Die Runde ist so fucking lost. Die Runde ist so lost. Okay, Tim Gabel, dann zeig mal. Tim Gabel, reiß mal ein paar Köpfe aus. Tim G. Wer ist der andere? Sei nicht Diener. Na komm. GG's. Oh mein Gott. Ach so ratig. Wir hätten einfach gewonnen, wenn wir Reapers gevotet hätten. Nein, sagt bloß. Oh schade. Wir hätten einfach Reapers gevotet und gewonnen. Schade, Romator. Oh, hab ich dich auseinandergenommen. Bro, ACP schüttet mir auch unbekannt seit zehn Jahren. Imagine losing to this fall. Ey, habt ihr mich am Ende gekillt? Ey, wer war das, Karl? Warst du das auf dem Gang, als ich gekillt hab, da zwischen Storage und Electrical und Diener kam? Was sagst du? Äh, warst du das, Karl? Zwischen Storage und Electrical. Ey, Jäger weiss. Ey, das war so ein nicer kill, holy shit. Oh, ja, der war super, der war ultra nice. Besonders für mich. Fantastischer kill. Kevin, Kevin, ich sag's sogar noch. Okay, jetzt töten wir, jetzt müssen wir Kevin töten. Aber ich hab's ganz an dem Team gesagt, Kevin, als nächstes, weil Kevin, äh, ganze Zeit, der war der Einzige, der... Ja, der war nicht, was sagt, genau. Der war der Einzige, der muss nicht sterben. Ich hab's, das ist keine, oder? Nee, nee, du hast gar nichts aus. Alle anderen an so ein bisschen und du nicht. Für mehr Sass, danke Jungs für den Tipp. Ey, ich war am wenigsten, als ich den Mörder gevotet habe. Fabo muss sich direkt töten, weil Fabo als einziger gescheckt hat am Anfang, dass die... Ja, mir hat keine Fugel gehört. Die hat keiner zugehört. Ja, mir hat keine Fugel gehört. Dann hab ich Fabo eingesperrt, noch in Security, damit ihn keiner findet. Na, auch schnell Karl getötet. Wie macht's haben wir? Oh, Flix, das war... Hallo, 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 hallo. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich verstehe gar nichts. Äh, du bist nicht gemütet, Felix. Äh, wir machen erstmal die Tars hier unten. Alright. Oh mein Gott. Fuck, ich hab' die Akte und Meldung. Ich bin zu weit weggekommen. Ich bin zu weit weg. Das meint die anderen. Absolut KB, da jetzt hinzugehen. Oh, wow. Easy. Ja. Das nehmen wir mit. Bing. Der... Ah, nicht Tim Gabel wieder. Krieg Flashbacks. Ah. Komm schon. Mach nicht. Mach nicht, Bruder. Big kiss. Bravo. Easy clap. First try. Boah, wir machen alle Tars durch, Chad. Only Chad. Das ist so satisfying, das erste. Ne? Das erste Mal, das zu machen. Repatz Tim. Repatz Tim. Wir haben jemanden unter uns, der ein Mörder ist. Ernsthaft. Eventuell könnte es nicht gewesen sein. Äh, im Jacken habe ich drin gesehen noch. Ja, wer war noch mit mehr Elektrik am Ende? Ich, ich, ich war noch drin, aber du bist auch, du bist als letzter rausgegangen. Das war ich. Bin rausgegangen, ja. Ich bin rausgegangen, ja. Ich bin da, aber ist es nicht. Ich glaube ich. Ja, dener war ganz nett bei mir. Ich bin rausgegangen, bin ich auch aufgegangen und dann kam aber noch mehr rein in der Zeit. Ganz kurz eine Frage. Vorne als der Reaktor im Arsch war, ne? Ja. Karl ist nicht zum Reaktor gegangen, sondern er kam aus Storage und ist Communication rein. Ja, ja. Also war ich im Poster. Smart. Karl? Karl ist auch im Mühl gerade. Ja, ich war im Poster. Ich war im Poster, Kevin. Ich war im Poster, Kevin. Ich war im Poster. Ich hab, äh, ich bin, ich bin durchs Venn gefallen. Ich bin aus dem Venn rausgefallen, sorry. Das war ne Poster, Patrick. Äh, hat Karl sich selber umgebracht? Ja. Nein, Jungs, komm, stopp. Die Klappe vom Venn, die Klappe vom Venn hat mir ein Gehlig gebrochen. Kevin. Also keine Ahnung, wer war denn Elektro? Ich war Elektro und ich glaube, Karl kam rein, als ich rausgegangen bin. Ich bin mir wirklich sicher. Und ich glaube aber, jemand, weil der Kill so zeitnah nach war, ist jemand von Security oder Mad Bay rübergewendet. Ja, ja, war irgendwer, das wollte ich gerade fragen, war wer im Security oder Mad Bay? Nee, ich war Security. 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 Hast du irgendwen oben gesehen bei Mad Bay? Ich hab's nicht. Ich und Papa Platte gesehen, Mad Bay, ihr seid aber raus Richtung Kapitalterier. Das war aber schon viel früher. Ja, so viel früher. Aber sonst war kein Erschweißen, aber sonst war keine Mad Bay. Warum go Karl, shit? Und warum go Karl, was soll ich machen? Nein, ich bin dann kurz Navigation, hab Karte gemacht und dann bin ich rechts unten. Wer von euch wartet in Camps? Und hab immer wieder rausgekommen. Du hast gesehen, was ich gemacht hab, ne? Du warst Navigation irgendwo. Fabo, kannst du kurz? Ja. Ich glaube, ich hab dich klar nicht gesehen. Du bist doch abgebogen im Cafeteria, oder? Und die Karten... Na die Karten, die Karten... Oh, mein Gott. Hat jemand... Hat jemand... Ja, ich mach gerade noch... Hä? Ich bin, einen App in, hab Karte gemacht... Na, Bad! Wirst du jetzt einfach Rewi rausvoten, Digger? Na, Bad. Ey, guter Call. Das ist Mobbing. Es könnte auch Seth Report sein, ne? Fabo, du bist doch noch mit, also Fabo, du bist wirklich der Mitläufer des Spiels. Er kennt den anderen. Fabo, du bist einfach nur Teil, wirklich. Ich fahr, glaube ich nicht in Navigation. Ich fahr, glaub ich nicht in Navigation. Recht meine Punktstifte durch, Fabo, wirklich. Spiel Quirsky in der Votingphase. ich mache wenn schon musik wir können musiker machen hallo wir brauchen happy musik oh der lego kopf hat sich gedreht oh nein ernsthaft ernsthaft chat im lego kopf sind die ganzen knetfiguren drin die die zu hässlich sind um es meiner mutter zu geben weil ich habe meinen ich habe meiner mutter nur so süße knetfiguren gegeben so hat so ganz hübsche aufwendige und da sind halt so die ganzen rejects drin so die ganze absolut pp gas also alle nein nicht alle also absolut also halt so zu dieser sabi mode und sowas nie quatsch dieser abzeichen dass da drin ein niveau hat meine mutter bekommen meine mutter mag nie bin auch mein mutter gesagt der der nie sieht so aus als als hätte er als als würde irgendwas ganz tolles sehen ich habe einen toten körper gefunden ich bin grad von unten gekommen es könnte natürlich sein dass er ihn umgebracht hat und noch mal nach oben zu die kampf genau von da der muss auf der linken seite ja warum hast du so lange eine lecce club wohl am arsch war lieber atmen oder strom bist du dumm macht luft auch schon mal kommst oder oxygen war ich weiß es nicht genau da kann auch gewesen sein irgendwas sabotiert ist romatra ganz zielstrebig noch mal in electrical reingelaufen hat keine anstalten gemacht das zu fixen ja ich wollte checken aber du hast ja wie lang war ich in electrical kurz wie lang ich in der lecce wollte jemand alleine steht ich wollte checken ob da jemand ja ja nein 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 braun nicht in dem notfall das macht man nicht dass romatra jetzt in der nähe gewesen ist ich komme einmal in der nähe gewesen ist nicht mehr als ich habe eine frage tj wo bist du hingegangen nachdem wir in admin waren wurde hochgeladen hast ich bin danach zu lower end habe da dieses ding umgedreht ja ich bleib nächste runde bei romatra wenn ich sterbe die alt der guter gut als auch mein gott alter holt es gibt halt ich habe übelst vergessen ja wir haben bitte warten ja ok wieder denkt ok wir müssen doch machen wir müssen richtig viele tasse machen holt schätzt mit hasken das habe Lower Engine. Retalk, was wurde aus den ganzen Emotes? Wegen Halloween? Ja. Wir haben alle Emotes ein bisschen spookier gemacht. Für Halloween. Das ist halt einmal im Jahr. Das ist halt einmal im Jahr. Real Voice. Ja, das ist halt mein Voice Changers aus Versehen. Voice Changers aus Versehen. Ausgegangen. Sorry. Oh, das ist wirklich Papa Platter und Romatra. Und jetzt? Und den beiden Kill-Cooldown. Es ist wirklich Kevin. Ey, als ob. Hä? Was, das ist nicht Kevin? Das ist nicht Kevin. Moin. Moin. Ey, äh, ich könnte mein linkes Eil draufwerden. Wo Romatra gerade mehrmals versucht hat, mich zu killen. Oh, Hanky ist tot. Hanky ist tot. Ja, äh, okay, 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 es sind Kevin und Romatra. Die sind die einzigen, die ich die ganze Zeit mit Hanky abhängen sehen hab. Und Romatra ist die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit... Ich auch, der Hanky macht uns zu killen. Sollen wir ignorieren, dass Rebi die ganze Zeit bei Hanky auch war? Ich war bei... Nein, war ich nicht, war ich nicht, der war kurz bei Security. Oh, Romatra, und die Lüge hat sich jetzt gefickt. Romatra, Romatra raus, Romatra raus, Romatra raus, Romatra raus. Darf ich mich nicht aneinander? Ich hab sogar nämlich gekauft, ich fahre uns nämlich Mapberry rein, ich dachte, Arnie, wenn der da jetzt umgebracht hat. Du sagst die ganze Zeit nichts, auf einmal einfach random call, Digi. Digga, ich hab mich ganze Zeit der Länge... Oder haben wir es aufgedrehen? Ich hab die ganze Zeit hinterher gelaufen gerade. Romatra wollte mich umbringen. Haben wir das drin? Hanky und Romatra, sie mir die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja! Jett, haben wir das Emote für uns drin? Achso, bei Danny. Ich sag's euch mal dran! Ich will das zum Button gelaufen. Komm mal, Danny, das ist ein Emote. Junge! Das ist Ebel zu weird. Keiner, keiner... Kann ich in die Emote striken. Ich war, ich war electrical. Tim, du warst die ganze Zeit... Warte ganz kurz, Tim, du warst die ganze Zeit mit Hanky unterwegs. Hab ich's richtig verstanden. Nein! Und jetzt ist Hanky tot? Du hast gerade gesagt, dass ich die ganze Zeit davon... Tim, ich hab Tim die ganze Zeit gesehen. Tim war die ganze Zeit bei mir. Real talk. Ja gut, das kann halt... Dann sind's Revy und Tim. Nein! Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Tim kann nicht... Tim... Tim kann nicht... Tim kann nicht die ganze Zeit mit mir und mit Revy rumgelaufen sein. Wir sind nicht im Tümersteck rumgelaufen. Nein Gott, halt doch mal die Fresse, du redest halt eine Minute durch. Digga. Ey, ich hab gerade die ganze Zeit meine Aufgaben fertig gemacht und war gerade die ganze Zeit Camps und habe gesehen, die Farbe sind nochmal reingelaufen. Ich bin nochmal hinterher. Farbe, du warst Mad Bay 10 Sekunden drin. Ich hab die ganze Zeit... DJ hat Oberreaktor gemacht, ich hab unteren gemacht. Tim G hat Licht angemacht und Revy waren in Kameras. Tranky! Ey, genau! Und dann holt ihr da in den Ohren! Nein! Du brauchst sowas von Tim! Tim? Oh mein Gott! Oh mein Gott! So smart! Ist jetzt so dumm! So smart! Das ist echt ziemlich beschissen, Alter. Dass ihr Tim nicht geworfen habt, ist so doof. Dass ihr Tim nicht geworfen habt. Mann, ey, ich schlag dir ins Gesicht! Was willst du du? So smart! Ruhe bitte! Oh mein Gott, Revy fühlt sich. Ähm... Das Ding ist halt, du darfst, also so, ich schlag dir ins Gesicht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Äh... Ist auch keiner TOS. Ich will es einfach nur auf so bisschen, ne? Oh mein Gott. Rumatra und Kevin, so wie wir es gesagt haben! Ja, siehst du Farbe, warum wohnen wir da gerade? Oh, ich bin bei Automaten. Okay, warte mal kurz. Warte mal, Tim ist gelieft. Rumatra oder Kevin? Wir haben gerade, äh... Tim oben gerade. Okay, dann! Ruhe! Lass jetzt bitte Rumatra wohnen. Hier, wir... Tim ist jetzt gestorben. Rumatra und Kevin haben gerade den einzigen getötet, den die... Der... Ich hab gerade den Ausgaben des Wärts gebrochen. Er ist mega weird Farbe. Danach Kevin. Danach Kevin. Einfach ne Merge ist mit dem Kevin raus. Check, check, check. Ja, safe, 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 safe. Ich sag's euch doch. Ja. Rumatra, wohnen bitte. Ich will gar nichts von dir hören, Rumatra. Raus jetzt, komm. Danke. Okay. Hey Kevin, klar, Digga. Wir werden verloren und dann hau ich dir den Kopf gegenüber. Nein, nein, nein. Rumatra hat sich eben so dumm und sass verhalten, dass es zählt, Alter. Oh, Rumatra ist jetzt noch richtig gut rausgekommen, wenn eigentlich... Kevin, wir machen jetzt direkt Emergency Meeting. Ja, lass die Emergency Meeting machen. Gib uns Ruhe, bitte. Mein Gott, ey. Metagaming Andy, holy shit. Oh, mach's nicht. Oh, okay. Oh, fuck, Kevin. Ja. Oh, Kevin ist auch, ne? Kevin ist schon wieder. Hat Kevin die Lobby aufgemacht? So, machen wir's oder nicht? Warum? Ey, das ist übelst random. Ey, nein, nein, nein. Warum pushst du das so? Weil, während wir Ding waren, während wir, äh, äh, nicht, nicht, nicht im Weiteren im Chat, man ist schon gut. Ich find's super weird, dass... Ey, es wär halt so viel schlauer, jetzt nicht Kevin rauszuboten, aber lass einfach machen, Digga, let's go. Aber was? Ey, nein, nein, nein. Ja, komm, steif auf ihn, Digga. Lass dich von Riemen gucken. Let's go! Los, steck dich 10 Euro. Ich verfolge dich schon seit deiner Meinung. Ey, wenn's Kevin nicht ist. Ja, dann hab ich ja dran geschissen. Alles nice, Chef Kevin. Alles nice. Danke. Wow, big kiss. Wow, big kiss. Wow, 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 wow. Oh, yes. Big kiss. Entschuldigung. Ich sag, ich bleib bei Romatra, wenn ich sterbe, ist er das. Kevin, das war mein Fehler. Kevin, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Kevin, das war mein Fehler. Er ist es nicht. Ihr hört zu wenig bei Franky. Ich hab zu früh. Ich hab... Ich hab... Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, es sind Papa Knatter und Romatra. Das ist doch... Aua. Ich bin jetzt mal dabei und man hört nichts, weil ihr alle durcheinander redet, immer. Ja, das ist die Spiel, Bro. Ähm... Wollen wir uns den Ball hinwerwerfen zum Reden. Okay. Das wär echt viel sinnvoller. Hallo. Wenn's anders nicht geht. Ich finde, wir sollten... Ey, ne. Aber Kevin und Romatra, ihr wart halt bei Delektik. Mit Hanky und Romatra. Und das ganze Zeit versucht mich zu kennen, gib's zu. Nein, nein. Ich wollt Hanky töten. Einfach um mir zu beweisen, wie dumm die Lobby ist, weil... Digga. Hanky hat gesagt... Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Hanky hat gesagt... Hallo. Hallo. Was ist das? Er wird Mikro in den Arsch durchgeschoben. Tj. 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 Das ist mein Job. Alright, chat. We cruisin'. Fabo. Oh mein Gott, ernsthaft Licht. Ja, ich bin halt zu weit weg, um Light zu fixen. Das machen schon andere. So. Bing. Oh, ich bin sehr, ich bin sehr sus. Hi, Hanky. Wer ist eigentlich Hanky, chat? Ist das ein Freund von, ähm... Ist das ein Freund von... Omatra? Hobby von Omatra? Alright. Fabo. Oh, Fabo guckt mich ganz komisch an. Fabo looking kinda weirdy. Oh, Fabo spielt das ganz gut. Fabo spielt's gut, aber... Das war grad eben weird, dass das nicht hochgegangen ist. Okay. Repaz hat gefixt. Fabo, Tim, G. Repaz hat gefixt. Fabo, Tim, G. Repaz, Fabo, Tim, G. Trimis und Hanky kennen sich seit 10 Jahren. Okay, alright. Das Dina. Oh, waiting for Dina. Dina's safe. Dina's komplett safe. Dina's komplett safe. Fabo ist auch keiner good. Kevin, hab ich kein einziges Mal gesehen bis jetzt. Yo, Karl und Dina sind's nicht. Ja, Dina's komplett safe. Ich hab grad waiting for Dina gehabt. Ja, im Moment natürlich safe. So war die Leiche? Die Leiche war, äh, die Leiche war, äh, die Leiche war, äh, Dina oben, die Weapons direkt neben dem, äh, äh, Shooting-Ding. Okay. Ähm, Romarska, was ist dein auf dem Weg gelaufen? Äh, unteren Tanken füllen. Okay, ich glaub dir. Ich hab Dina auf dem Weg gelaufen. Ich hab Dina auf dem Weg gelaufen. Was ist mit mir? Ja, Tim und ich sind safe safe safe. Du kannst mir grad die Kampagne auf dem Ding. Also gefühlt, gefühlt ist mir jeder über den Weg gelaufen. Gefühlt hab ich alle gesehen. Ich hab auch viele gesehen. Ich hab Revi, glaub ich, nicht gesehen. Ich hab Revi gesehen. Revi und Kevin hab ich, äh, Kevin hab ich am Schluss erst gesehen, bei Cafeteria. Ich bin grade bei Elektrica dran. Ich bin gerade hochgelaufen, Digi. Ja, du kamst von unten, ja. Ich weiß aber echt gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Romarska, hast du Revi gesehen in Elektrica? Ich hab nur Tee. Ich hab nur Tee. Doch, doch, doch. Ich hab, doch, ich hab ihn gesehen. Ich hab gerade von Admin. Und Hanky war, Hanky war auch in Admin. Dann sind wir hier. Wer war alles rechts? Also wer war alles rechts? Willst du self-report von Tim sein? Das hat er vorhin auch schon mal gemacht. Ja, Tim oder Reapers dann, oder? Nein, Reapers war links. Die Frage ist auch, die Frage ist auch. Die Frage ist auch mit Reapers links. Also kann er auch links. Hanky, wo warst du? Hanky? Ich war gerade bei Admin ungefähr. Und wo warst du davor? Wo warst du vor Admin? Warte mal, hast du erst ihn gesehen, Kevin? Hast du ihn gesehen? Habt ihr Dena die ganze Zeit gesehen? Ja, Dena ist komplett safe. Umatra, Papa, Papa und ich sind von Elektrica. Wir waren da zu dritt. Dann bin ich hoch zu Admin und bin dann gerade hoch in Cafeteria. Hast ihn gesehen, Kevin? Wo warst du? Hast du Hanky gesehen bei Cafeteria? Ich war... Hast du Hanky gesehen bei Cafeteria? Dann bin ich kämpft gegangen. Ey, ich hab übel branding. Ich bin gerade aus Admin raus, ich war noch nicht in Cafeteria. Ich hab auf jeden Fall nur Dena habe ich mir eingespeichert, der ist mir entgegengekommen aus Cafeteria. Dena und Karl sind ja, wir sind aus Cafeteria, äh, wir sind aus Mad Bay. Ich hab auf Dena gewartet, Dena safe. Dena ist mein Bro. Ich würde sagen, dass Dena ist mein Bro. Ich würde sagen, dass Dena ist mein Bro. Wir waren zu dritt, electrical, Romato, du und ich. Also Dena und Karl habe ich halt nicht gesehen, ich war eine linke Seite die ganze Zeit, ne? Die sind noch, immer noch safe. Farbo hätte so easy killen können. Aber es kann sein, dass... Es kann sein, dass Farbo hätte das Long Game spielt. Tim Reapers im Auge bei dir. Ha, wir waren die ganze mitunter. Ja, 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 aber es kann trotzdem sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay. Jungs, ein Kill, komm, scheiß drauf. Nein, Tim Gable. Tim Gable war ein Reactor mit mir alleine und wir haben den Reactor mit 50 Mal getötet. 50 Mal hat Tim Gable mich getötet. Wir haben alleine getötet. Ja, das ist ja mehr so ein Joke. Das ist ja mehr so ein Joke, Chad. Das ist nicht Realität. Das ist einfach so ein Joke mit, äh, mit Antonia und mir. Es ist halt einfach, keine Ahnung. Ich mag sie halt, aber, äh, ja, halt nicht als, nicht als meine zukünftige Frau. Also keine Ahnung, Chad. Hanky ist es. Hallo? WTF? Hanky ist es. Okay, Hanky ist es. Hanky ist es. Hanky ist gerade eben aus, äh, Electrical rausgerannt und hat, äh, Romatra gekillt. Ach, Hanky, das war's von mir. Karl, liegt die Leiche in Storage? Die Leiche liegt, äh, auf dem Weg zu Storage. Und Hanky hat nicht Lines gefixt und ich hab irgendwie Lines gefixt und er hat noch so rum gefixt. Hey, 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 ich kann auch, ich kann auch meine Vision, ich kann meine Sicht erzählen. Kann jemand kurz hören, dass Karl safe ist? Ja, ich. Das wollte ich gerade wissen. Also, 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 Dena, äh, Karl hat... Ja, also, Dena kann mich nicht saven, aber ich kann Dena saven. Aber ich denke, Karl ist auch safe. Ich war auf dem, beim Reaktor und hab den Graf versucht zu erbrennen und war beim letzten Pünktchen da. Ja, aber ich hab die Leiche gefunden, Dena. Nein, das ist schon, ist schon falsch. Ding, ich bin, äh, äh, gerade Storage gewesen, dann bin ich zu Licht, weil's aus war. Dann sind mir Karl und Hanky entgegengekommen, aber das Licht war immer noch aus. Ja, weil Hanky da die ganze Zeit rumgefummelt hat an dem Ding. Ja, genau. Dann bin ich mit Karl wieder zu den Leites, dann haben wir das Licht angemacht und dann ist Karl rausgelaufen aus Electrical und dann lag dann eine Leiche. Aber hab ich nicht gestanden. Ihr habt also noch Hanky gesehen, wie er nicht das Licht angemacht hat. Hanky hat das rumgefummelt. Ich hab mit Karl Licht angemacht. Ne, die dachten beide, dass das Licht an ist, aber es war noch aus, weil die, weil die halt hin und her gedrückt haben und sind beide rausgerannt und dann ist nur Karl wieder rein. Hanky war da schon ewig, aber hat halt keinen einzigen Schalter gemacht und dann bin ich raus und da war halt instant der Leiche. Ja, dann lass... Hanky, kommst du? Hanky. Hanky, kommst du? Hanky, kommst du? Hanky, kommst du? Ich wollt's nur wissen, weil ich die ganze Zeit sehe, dass die Camps halt an sind. Alright, merk ich mir. Ich hab nichts mitbekommen. Das merk ich mir. Das merk ich mir. Das ist aufgeschrieben in meinem Kumpel der Gedanken. Der Kumpel hat mich getötet. Ich war Camps und bin dann mit ihm runtergelaufen. Also ich... Machst du mir das Licht wieder an für die Zukunft? Erstmal das, erstmal das und so wie... Aber dieser blingende Pfeil ist dann. Das seh jetzt, ich bin halt schon gar nicht mehr bei Electric hier gewesen. Ach so. Ja komm, Hanky, ich skipp einfach oder Worte auch selber. Oder sag, wer der Imposter ist. Selbst wenn wir noch werden, noch Druck auf den reifen Jungs. Hanky, bro mach jetzt komm. Jalla. Meine Güte. Danke, worte. Danke für nichts, Junge. Hopopopo. Opferhalter. Nichts gegen dich. ś wie bitte keine Beleidigung, mein streames Family Film. Ja, bitte. In Minecraft werden schon Opfer in Minecraft. Der Holger ist geil, ich hab 0. Haよ, hier ist ab 0. Untruth. Alright. Detektiv K-Doc. Chat, ich werd no job, ich werd wirklich besser als detektiv. In meinen ersten Mongas-Runden habe ich einfach jeden dumm beschuldigt. Und wo dann auch bei Kevin in den Kommentaren, yo, Karl, beschuldigt einfach alle randoms, ultra nervig. Und es ist auch echt ultra nervig, no joke. Ich habe so ein bisschen den Revi am Anfang gemacht. Aber in letzter Zeit ich schnüffel die ganz gut raus. Ich schnüffel die die Leute raus. Sing. Bombe. Oh, was ist das? Reaktor Meltdown? Ey. Dina. 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 Oh, du bist der Beste. Juhu. Dina ist mein Homie. Dina vertraue ich komplett blind. Dina, be the best. Fabo. Fabo, Dina. Okay, Kevin. Dina, Fabo. Wir sind alle zusammen. Wenn jetzt ein Kill rechts passiert, wollen wir mal Emergency Button machen? Emergency Button. Emergency Button. Emergency Button. Emergency Button. Ja. Und da gucken wir, ob rechts eine Leiche ist. ist jemand gestorben. Oh ja, oder? Nee. Nee. Tim gab es das. Tim gab es das. Okay, ich war mit Dina. Fabo kam von rechts. Ja, aber Fabo war doch die ganze Zeit bei uns. Ey, Karl und... Dina, Fabo, Kevin waren bei uns. Das heißt, Repatz und Revi waren die einzigen, die rechts waren. Ich habe gerade letztes Jahr mitgebracht. Muss ich diese 30 Sekunden noch warten, dann kann ich das finishen. Ich stand gerade die ganze Zeit am Atem. Fabo kam aus Capitoria late. Also, ich glaube, Tim... Als der Reaktor anging, bin ich da hingegraut. Ja, Fabo war relativ schnell da. Du kamst eher late. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Ich habe diese Madway querz gemacht mit dem Scanner und dann auch das mit diesen komischen Anomalien-Shit. Wo ich noch... Das ist mein letztes Jahr. Ja, dir glaube ich auch. Keiner, aber Revi und Repatz waren... Wo wart ihr denn? Ich war admin drin, die ganze Zeit am Panel gerade. Ich glaube, Fabo hat mich da eben sogar noch gesehen. Aber am Anfang rein, ich steppe immer zwischendurch halt. Admin kurz rein und check auf das Panel. Ja, ernsthaft, okay. Also, das stimmt. Na, Repatz, wo was... Ich habe Kevin, ich bin zum Reaktor gelaufen und dann kam Kevin aus Madway hoch und dann ist er wieder reingerannt und hat noch schnell eine Aufgabe gemacht. Also, es sah so aus, weil... Ja, genau. Also, ich wollte halt loslaufen und genau in dem Moment, wo du gerade kamst, ist der Reaktor ausgegangen. Da dachte ich, okay, bleibe ich dir manchmal... Ja, den und ich haben es gefixt. Den, das ist... Ja, aber ich habe Kevin halt nicht reinlaufen. Ja, Repatz, wo was zu... Aber ich glaube nicht. Aber Fabo, du kamst... Aber du kamst... Lass mal Repatz reden. Ich bin halt direkt aus dem Reaktor loslaufen. Ich bin gerade am Anfang mit Kevin nach rechts gegangen. Kevin waren über Weapons, blablabla, so ein bisschen zu Schilds runter. Wisst ihr denn, wo der liegt? Ich bin hochgegangen. Ich habe die Wires gefixt, habe abgebrochen bei Reaktor, weil da Fabo allein war. Tschüss. Reaktor wurde gefixt. Ich habe getankt, bin wieder diesen Wire machen gegangen. Jetzt habe ich noch einen Wire. Du warst bei Reaktor? Nein, ich wollte zu Reaktor. Ihr habt den gefixt, dann habe ich abgebrochen. Ich habe den gefixt. Lower Engine und habe getankt. Dann bin ich die Wires oben gemacht, machen gegangen in Admin und jetzt habe ich den letzten Wire. Boah, das ist ein Riesenweg. Oh, das hast du alles gemacht, Reapatz, mein Gott. Ja, alles gemerkt. Wow, ja, aber du hast ja ein bisschen Riesenweg langgegangen. In der Zeit, du hast ja nicht machen können. Ganz kurz, ganz kurz. Marathon. Karl hat den Button gedrückt. Ja, Karl ist Karl selber. Nein, Karl hat doch. Ich war doch bei euch. Mein Gott, das wäre aber laut dumm, weil dann würde er ja quasi revieren. Ja, also Reapatz ist auch nicht. Reapatz ist, macht am wenigsten Sinn die Story. Reapatz? Ja, mal gucken. Wir gucken einfach. Ne. Keine Ahnung. Ja, ja, Karl. Karl und eventual Kevin. Ja, ich? Alright. Ah, okay. Ja, ich glaube nicht. Mute dich, Bro. Oh, fuck. Äh, ja. Scheiße. Ich habe ihn nicht gemutet. Oh. Sorry, Chad. Sorry. Oh. Levi ist da. Dina ist da. Komm, wir gehen da unten lang. Fabo, Kevin, Fabo, Kevin, Dina, vertraue ich. Fabo, Kevin, Dina, vertraue ich. Alright, das hat ganz schön lange gebraucht. Wo ist Dina? Das ist Dina? Oh, nein. Okay, ist einer von denen. Ist Revi weggegangen? Ist Revi weggegangen? Ja, okay, ist Reapatz. Okay, ist Reapatz. Boot, Reapatz. Easy clap. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Er hat's extra gemacht. Er hat's extra gemacht. Das Fabo. Muss Dina gewesen sein, oder? Oder Karl. Oder Karl. Revi ist. Revi ist. Revi ist. Dina, kann's nicht gewesen sein. Der war noch bei uns. Ich war die ganze Zeit bei euch. Revi ist. Der muss Karl sein. Revi ist. Also, hört mir zu. Revi. Nein, Ruhe. Nein, Dina, Karl. Revi. Revi, Revi, Revi. Also, passt auf. Er ist doch zurückgerannt. Lass jetzt mal Revi reden. Ausdurchsweise. Ja, danke schön, Bro. Willst du mich veraschen? Du kamst da an, Fabo hat gerade Autour gefixt und du hast ihn umgebracht. Mann, Bro, lass mich doch mal auf, Revi. Lass mich doch mal auf, man Karl, Alter. Ich schwöre es dir. Junge, schreie nicht so rum, HolyShit. Das wird nicht dein Win sein, Revi. Du wirst verlieren. Du wirst diese Runde verlieren. Du wirst No-Job verlieren. Es springt nichts. Lass mich doch mal wenigstens ausreden, Digga. Ich hab dich eh schon gewartet. Ja, Rede auskommen. Ja, Bro. Ihr habt alle schon ein Wort reingedrückt. Ist scheißegal. Ich hab noch keinen Wort. Nein, 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 nein. Du kannst mich noch mal zeigen. Ich würde deine Version gern hören, weil ich hab für Karl gewartet. Ist es dein Ernst, Kevin? Mein Gott, nein, nein. Du gönst dir das Video. Jetzt erst Reden, ja, reden. Ja, dann kommst du Punkt, Revi. Du redest fünfmal um den Brei. Erst redet Revi, dann redet Karl. Er kommt so gut, Baby. Ich bin reingekommen, ja. Fucking Faro stand, da hat Oxygen gefixt. Ich bin zurückgesteppt. Dann bin ich da hingegangen. Karl hat ihn umgebracht, Self-reported. Ich war schon viel weiter unten, Bro. All right. Ich war gar nicht mehr in der Nähe. Ich hab nur gesehen, dass Faro das scheiß Oxygen gefixt hat. All right. Mein Gott, Digga. Dafür brauchen 30 Minuten, der zählen darf. Okay, danke. Kevin, du hast doch auch gesehen, dass Karl wieder zurückgesteppt ist. Genau, Karl kam zu uns. Nein, da muss Jungs, Jungs, No-Job. Jetzt darf Karl sich einmal verfallen. No-Job. Ich kam zuerst zurück, dann habt ihr erst die Live gesehen. Es muss Karl sein. Nein, wirklich. Nein, 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 nein. Dina, Dina, okay. Dina, ich hab dich gesaved. Bitte vote Revi. Habt ihr jetzt beide wie Revi gewohnt? Oh, ihr habt beide mich gewohnt. Es ist so dumm, okay. Dann macht, dann macht Nix zur Runde. Ja, Karl, du hast mich gesaved, das stimmt. Ja, ich hab dich auch nicht gekehlt. Ich hätt euch so easy killen können. Das macht einfach instant. War nicht immer irgendjemand mit dabei? Und dann Revi. Jungs, gönnt ihr euch, gönnt ihr ihm ernsthaft das Video? No-Job. Oh, ist er zu blöd. Du bist eh raus. Ich bin eh raus. Aber was war das für ein Move mit diesem, äh, so angeblich nicht muten und dann auch. Nein, ich bin so wirklich gewohnt. Okay, das wird jetzt gewinnig, weiß ich. So, du hast getan, als du nicht verkehst. Warum glaubt man den Revi, der schreit? Das war nicht cool. Warum glaubt man den Revi, der schreit? Warum glaubt man den Revi, der schreit? Oh mein Gott. Kevin muss mich doch kennen. Oh nein. Das ist halt wirklich Revi. Ich hab's doch gesehen, genau vor mir. Muss ich noch lauter schreien? Oh, so blöd. Oh, das ist so blöd. Oh, das ist so unglaublich doof. Oh, das ist so, oh, das ist so, oh, das ist so unglaublich doof. Alles Affen, ey. Okay, Revi, ja, ja. Okay, es war einer von beiden, aber, aber das war komisch, oder? Es tut mir leid, Karl, die gar nicht. Aber das war komisch, ihr habt noch beide Karls-Rück-Morchen sehen, oder? Ihr habt noch gar nicht gefeiert, was los ist. Ähm, Re, äh, Dings-Kämen. Ja, ich dachte nicht, ich hatte alle Zeit. So lost von dir, Hara, so verdient du Nazi. Holy shit. Digga, Mann, ich... Ist das so, ich weiß, wie bei der Mitte, äh? Digga, ey, ich hätte keine andere Möglichkeiten gerade. Oh, die Mitte, Revi. Ja, guck mal, wie er da gepiekt hat. Hast du's gesehen? Ja, ich dachte, dass einer von euch kommt, dass ne Fusen, damit ich den noch wegholen kann, um das halt zu verhindern, über Tarsen. Ey, das ist dann bin ich ein Nazi-Safe, holy shit. Also, hey, Alter, auch als Imposter-Mate, so stupend, Junge, also, Digga. Der hat ja nichts gemacht, die ganze Zeit. Du bist nicht besser, Revi, das weißt du sehr. Ich hab so smart gerade gespült. Hey, wie du, Asien, Alter. Kein Ding, war, maybe, bisschen, ja. Ey, aber Revi, jetzt mal real talk, ne, war halt todesdumm, den Trainer zu killen. Eki, ja? Nein, Digga, ich war mir sicher, dass du gewendet hast, und dann hast du mich dort gekillt. Ich dachte, ich mach noch Tars kurz, und danach... Ich geh kurz aufs Klo, Junge. Und dann killst du mich währenddessen. So, und, by the way, sorry, Revi, ich war gerade keiner toxic. Ich war gerade actually toxic. Sorry. Ich überhaupt nicht. Ich war entspannt. Sorry, Homie. Ey, Alter, aber Kevin, wie du gerade geschmissen hast gegen Carl, Digga, what the fuck. So ist wirklich gar keinen Sinn, dass er es war. Das hat wirklich keinen Sinn gemacht, aber egal. Revi, wem er trotzdem gewonnen hat. Aus unserer Sicht hat es Sinn gemacht, und sorry, dass ich zu schnell geworden bin. Ich hab gedacht, Fabo, fix das. Dann wollte ich gucken, ob ihr kommt, und dann auf einmal war die Leiche da, und dann bin ich halt schnell dahin gerannt. Deswegen sah halt echt scuffed aus. Carl, warum hast du mich am Anfang nicht getötet? Ich fand dich im Poster. Ach so. Ich dachte, du warst doch im Poster. Ich dachte, du warst auch im Poster. Wer war der zweite? Das war Revi. Revi. Ja, Revi. Ich hab' ich gesaved, Revi. Ja, Revi. Ja, Revi. Ja, Revi. Ja, Revi. Ich versteh das auch nicht, wie ihr einfach vergesst, dass Henki rausgeworden hat. Ja, das true. Das habt ihr einfach vergessen. Das habt ihr einfach vergessen. Ach, hab ich auch vergessen. Das Problem war, ich hab komplett vercheckt, dass Leitz gar nicht gefixt war, und ich trotzdem rausgelaufen bin. Das war halt irgendwie ein bisschen too much. Ja. Ach, keine Ahnung. Ey, wisst ihr, was der... Ich weiß, dass ich Romatra gekillt hab' halt auch, aber das ist eher so zu nehmen. Ey, Henki. Revi ist super leid. Ja, ich weiß. Aber... Also ich muss auch sagen, wir hätten beide Papa Platte und Romatra in Admin double kill'n können, aber du bist einfach weggelaufen. Ja, ich weiß, aber es wär' zu obvious gewesen, weil... Nee, 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 aber nie mal close. Aber nie mal close. Aber nie mal close. Aber nie mal close. Die camps waren draußen. Ey, double kill early's. Die camps waren draußen aus. Deshalb, Henki. Deshalb. Du musst auf die Details achten. Und du hättest auch grad... Die camps waren aus? Nein, nein, nein. Die waren an. Reeperstand an den camps, glaub ich. Und, äh, sabotagenmäßig hättest du... Hallo, hallo. Digga, dass mir die Türform in den Nasen zugemacht haben. Ja, Nio, Silja geht's. Danke, Bro. Dass wir beide beschuldigt werden. Danke, Homie. Muah, muah, muah. Du siehst, wie dramatisiert sind. Aber du siehst, wie dramatisiert sind. Sorry, ich muss kurz aufhören, ne? Was? Sorry, für Toxic. Ich muss so spielen. Wenn wir am Spawncode sind. Wenn wir alle am Spawncode sind. Ja, das bleibt am Spawncode. Alle, alle. Bing, 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 bing. Jetzt gibt's vielleicht einen Stackkill. Wir muten uns erst wieder. Ah, Dana! Oh mein Gott, ich bin sogar mit Fabo. Ich bin sogar mit Fabo. Ja, da sollen wir kurz Meeting wasten, eins. Stackkill wäre chillig jetzt. Nee, nee. Meeting wasten wäre jetzt... Äh, ja. Wäre Waste. Soll ich einen töten oder nicht? Three hat, Alter. Ein Meeting wasten wäre Waste. Boah, eigentlich liegt jetzt jemand. Boah, eigentlich liegt jetzt jemand. Hallo, hallo? Jemand zu kennen wäre jetzt keiner smart. Deiner auch? Hä? Oh mein Gott! Oh nein! Scheiße! Oh nein! Favo, Dings hat dasselbe. Favo, 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 Favo. Favo, komm mit rein! Favo, komm mit rein! Komm, 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 komm! Ich weiß, Hank, ich weiß. Aber ich hab so arsch aufgrund der es gehabt, ich hab's danach jetzt gesehen. Komm, Favo, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, komm rein! Ein bisschen nicht so durcheinander zu reden bei den ersten Runden, weil ich von meinen verschiedenen X mehr. Das ist das Ding. Aber das ist doch einfach rein in die Gruppe! Das Ding ist auch gar nicht so krass. Revi kommt, sagt halt erst, was er zum Frühstück hatte, bevor er sagt, wo er war. So, das ist halt... Ich würde gerne was... Nein, nein! Lein von mir! Umathra Toxic. Wirklich. Real Talk. Real fucking talk. Ja, aber das ist also trotzdem, das ist schon ein roter Waden, der sich da durchzieht. Ja, aber einfach. Ja, Digga, Revi macht's wie Trump, der... Wo ist Kevin? Der buried dich einfach in Dogshit. Können wir nicht einfach jeden, der dazwischen redet, rausvoten? Dener mit den radikalen Lösungen! Ich bin ja neu dabei! Ich leise, wie das eigentlich geht! Los geht's! Los geht's! Oh mein Gott! Und dann geht's! Wir sehen uns über den Mid-Bay. Auf die mit den Mid-Bay. Alright. Come, lights, 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 lights. Lights! Oh, smart. Double kill, Fabo Wo ist Fabo? Moin Moin Oh mein Gott, zwei Leute Okay Genau die, die am Anfang gesagt haben, die, die zwischenreden raus wurden Ich habe gefunden, darf ich kurz sagen, Bro Gefunden habe ich in Admin Tim Jacken, wo Dena liegt, weiß ich nicht, bei mir war gerade noch jemand, wer war das? Chromatra Chromatra hat die Dings Ja, ich habe reportet Ich habe Fabo das letzte Mal mit Tim Jacken in Admin gesehen, zu zweit Und dann bin ich runter zu decken Die Tür in Admin war auf Zube und auf Admin Dann ging Licht aus und dann bin ich hoch Richtung Reaktor Aber das kann nicht sein, weil die Tür war gerade zu, Bro Das heißt, du musst gewendet sein Ja, ich bin von Admin nach Reaktor gewendet Das stimmt richtig Wie passen Fabo zusammen, die nach Hins gelaufen sind Guck mal, ähm, hey, yo Ich bin der Einzige, der durch die Tür gekommen ist, weil der Imposter gefettfingert hat und die Türen zu früh zugemacht hat Das Ding ist, 100% safe für diesen Double kill sind Fabo und Wer war da unten gerade tanken? Wer war das? Ich war das Hanky? Ja, safe? Okay, da war Hanky und Fabo 100% nicht ein Double kill und ich auch nicht Einer muss auch wieder mal gucken Also, der Rest ist von euch Wer hat jemanden? Hey, man, what the fuck? Sag mal, du warst Sag mal, du warst Hey, ich bin Marco der einzige, ein Admin, was kann ich so machen? Ich glaube, es ist Romatra, aber ja, ich bin als allererste von Cafeteria herunter und bin der Einzige, der es durch die Tür geschafft hat Ich bin auch Romatra und Riebe gewesen Aber ich bin auch Romatra, die Türen sind serious, du sagst, was fachst du dich noch? Ja, du hättest ne Tür, du hättest ein Riebe gewesen sein Hey, nee, Ruhe, 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 ganz kurz, ganz kurz Natürlich Hey, warum denn? War jemand eben in Cafeteria, weil es könnte sein, dass Romatra actually tatsächlich Tim Jacken da umgebracht hat, in Cafeteria gewendet ist, Türen in beiden Räumen verschlossen und dann halt Von Admin kann man nur noch Navigation wenden Ja, aber da war ich nicht Proof das Gegenteil, Romatra Ja, Romatra ist brutal Romatra ist ja Romatra, der man direkt die an mit Türen spielt, wisst ihr? Warum schiebst du doch nicht Romatra? Alright Lass mal trotzdem auch auf Fahrburg, was denn bitte? Ich renne mit Romatra runter die Baustelle Ja, aber no joke, lass etwas skippen, wie man es kennt Bullshit beruht Hä? Ich war gar nicht in der Nähe Halt die Romatra und Revie im Auge, okay? Ja Ich renne mit Romatra rum Bing 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 Hört man mich? Nein, oh zum Glück Chat Warum denn nicht? Oh, Jungs, Alter Oh, Fabo ist der beste Teampartner Fabo ist so smart Fabo ist so smart Oh, er läuft Cafeteria Ah, fix lights Holy shit, I just quit is a double kill Ich habe eine double kill gesehen, Tim G und Papa Platte und vor mir im Raum, ich weiß nicht wer vor mir im Raum sind, bei den Admin gerade gestorben, die waren eine Sekunde vorher noch bei mir im Admin drin und es müsste, ich weiß nicht welche Farben drin waren, ich weiß es nicht. Also, ich bin gerade in Schil Also, ich glaube Hanky, ich glaube Hanky habe ich gesehen, ich glaube Hanky und Romatra, also Romatra bin ich mir ziemlich sicher Nein, 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 wir waren bei Light Also ich war mit Hanky, ich war mit Hanky am Anfang in Mad Bay, da waren wir zusammen Runter zu Electrical, um Lights zu fixen, da kam Romatra und mir ging von Electrical Welche Richtung durch Cafeteria In der Fels am Dach, du Romatra deckst, ich drücke Romatra an ein Wout rein, weil ich meine gesehen zu haben Hör doch auf zu Wouten, hör doch auf bei 19 Sekunden zu Wouten Einmal kurz, bitte, einmal kurz War das Licht gerade an? Nein Licht war aus Licht war aus bei mir Wie soll es Romatra dann von Electrical weggelaufen? Ich bin nicht von Electrical weggelaufen, ich stand vor Electrical Ja, danke Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, aber Reapers kann Romatra selben Aber warte mal, ich hab, was kann Romatra gesehen bei dir? Nein Hast du da Romatra? Hast du da Romatra? Hanky, mach bitte keinen Fehler, Hanky, bitte Nee, weil du mal hast, hast du, hast du, nee, Hanky und ich, wir waren, wir waren Mad Bay, chillig Abo war mit der Via Bitte, 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 darfst du keine Sache sagen Bitte, darfst du keine Sache sagen Okay, so, ich habe Reapers, bitte unterbrechen mich jetzt mal kurz Ich habe Reapers gesasst, bin deswegen mit weichem Abstand nach Electrical reingelaufen Ich wollte nicht mit ihm alleine in Electrical sein Und hab ihn deshalb das Licht fixen lassen Dann ist Hanky zu mir gelaufen Und die einzigen zwei Leute, die dann mit Rewi noch in Admin gewesen sein können Für den Double Kill sind Fabo und Kal Nee, 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 nee Nee, nee, nee Du wolltest drumlaufen Ja, oder Rewi, oder Rewi Alle ruhig, alle ruhig, alle ruhig Oh, das war ein Selfie-Call Alle ruhig, alle ruhig, alle ruhig Nein, nein, genau das wollte ich gerade sagen Ruhe Das erste, was passiert ist Ich habe gedrückt und Kaler direkt gesagt Re Nee, und hat sofort aufgehört, meinen Namen zu sagen Weil er dachte, er könnte das direkt auf mich pushen Das ist übersasst Ja, dann war ich Nee, oder weil er dich dann einfach nicht gesehen hat Wo wir Karl Das erste überreden Hanken, du musst Karl voten Wie Karl voten? Wie Karl voten? Karl voten mal Karl Vorten mal Karl Vorten mal Karl Vorten Karl Vorten Karl Vorten Karl Ich war's no D Nein, wir haben verloren Vorten Karl Vorten Karl Vorten Vorten Karl Vorten 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 Vor Vorten Vorten Mehr Und Vorten Man In bildschirm aber meine letzte runde tatsächlich das war meine runde bin schon lange online und ich habe viel wir heute gespielt bis jetzt durch muss ich muss wirklich ich muss ich muss ins spaß gemacht das war ein guter stream das war ein guter stream ich finde das ein gutes ende das auch das auch ein gutes ende oder für ein stream es hat spaß gemacht wir enden mit einem high ja 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 ja